erst mal zu einem neuen video heute geht es mal um fotorealistische generierung von fotos oder bildern ob man das machen kann weil diese frage hat mich vor über einer woche hat mich die erreicht aus tik tok oder instagram ich weiß es gar nicht oder per e mail per e mail dann wisst ihr ja und da könnt ihr ja nachgucken ich denke mal aus irgendeiner von diesen zwei plattformen jedenfalls hat mich diese frage beschäftigt weil man muss ja sich mal fragen was meint jetzt einer unter fotorealistisch wenn es das ist was bei manchen aus photoshop rauskommt oder auf der tv von irgend so einer tv zeitschrift auf dem titelcover ist wo die frau so eine glatte haut hat dass sie eigentlich gar nicht mehr lebensfähig wäre weil sie ersticken würde unter dem ganzen pelz wenn einer das als fotorealistisch ansieht dann muss ich sagen ja das geht ja und es geht auch noch darüber hinaus es geht auch wirklich fotorealistisch also mitunter so wie es aus einer kamera kommt ja da bin ich aber noch gar nicht so weit aber ich zeige euch mal wie nah man kommen kann mit diesem möglichkeiten die man ja hat ja so auch sag jetzt mal kostenfrei sie kosten als zeit weil man muss es installieren und man muss es irgendwann mal verstehen ja was ihr hier seht ist so ein arbeitsablauf ja von links nach rechts also so wie man eigentliche buch liest und da wir jetzt mal was probiert ja und ich habe da aus einer checkpoint also ich habe zwei checkpoints zusammengepacken und sie dann eben jeder hat dafür sich eine eigenschaft ja beide waren aber geschrieben sie sind realistisch ja gut habe ich mal geglaubt oder glaube ich auch habt ihr dann aber zusammengepackt weil jeder eigene checkpoint hatte unterschiedliche farben eine bestimmte farbgebung und da habe ich mir gedacht wenn ich jetzt das eine nehme was mir zu ungesättigt war und die andere nehme die mir aber zugesättigt war und mischt die miteinander und zwar im verhältnis 50 50 service mal gemacht ich habe zweierlei probiert einmal mit 70 prozent die eine und dann jetzt habe ich die die wo ich jetzt ja gerade ausprobiert die hat 50 50 von den beiden und ist natürlich auch eine prompt frage also wie man den prompt aufsetzt um rauszufinden was dann eben daraus kommt wenn ich natürlich mickey mouse eingebe in realismus weiß ich nicht ob das funktioniert habe ich auch noch gar nicht gemacht sondern ich gehe jetzt wirklich mal aus der perspektive von einem der fotografiert hat oder immer noch fotografiert und es gibt ja noch genügend wo da draußen rum rennen und fotos machen und auch in photoshop noch viel tun aber ich will euch mal zeige wie schnell oder wie einfach man hier über dieses programm ich starte das jetzt auch mal die lassen wir da so ein paar bilder mal kurz generieren und ich zeige euch mal wie nah ich mit dieser checkpoint die ich mir da gebastelt habe dran gekommen bin ja zum beispiel das hier das kann man so fotografiert haben und dann klar bisschen photoshop oder bis mehr und mehr oder weniger photoshop aber das würde funktionieren die finger sind kann man nehmen ja da hat die ki irgendwie probleme man sieht nämlich dass der fingernagel von da hängt da irgendwie lose da drin da habe ich auch noch meine probleme oder so was hier ja oder so was das kann man das geht mit generiere und das ist jetzt alles das geht ja ich kann ja wirklich da irgendwo in der wüste gestanden sein ja und dann mode shooting gemacht haben ja das war nämlich auch die frage ob mode shooting mittlerweile auch generiert wird und ja das machen die ja und die machen das sogar mit echten modellen ja die modelle kommen einmal zum shooting ja im studio unter bestimmten voraussetzungen dann werden die da fotografiert und kommen dann eben in den computer rein als modell bekommen geld und gegen dafür also derjenige welche die agentur oder was auch immer kriegt dann für eine gewisse zeit das recht diese bilder oder sie als modell verwenden zu können ja das wird schon praktiziert hier zum beispiel hat man das problem wenn das gesicht viel kleiner ist wie das bild dann sehen die meistens aus wie vom bus überfahren gut auch geht das sieht jetzt nicht so aus wie wenn das jetzt da eine stark befahrene straße ist das kriege ich auch nicht in den griff habe ich noch nicht hingekriegt aber sobald ich irgendwo hier in dem bereich bin ja das sind alles nur generierte fotos und die kann man so fotografiert haben ja hier zum beispiel das auge wenn einer schnell guckt sieht das nicht wenn einer aber genau guckt sieht er zweierlei sachen einmal das auge und einmal dass hier unten ein finger irgendwo aus der handfläche raus wächst ja da taucht auf einmal noch mal ein finger auf ja weil wenn das der kleine finger ist dann ist er doch recht relativ lang ja also irgendwas stimmt mit der hand nicht das habe ich auch noch nicht in den griff gekriegt ja hier auch wieder ja das gesicht zu weit weg aber an sich das bild wäre annehmbar wobei die jetzt da so einen komischen daumen hat ja aber das sind alles sachen die man so fotografiert haben kann ja das geht und hier zum beispiel dann mal jetzt mal das nächste ja da war ja zum prompt da macht mir da verschiedenste ausgaben oder verschiedenste bilder ja über wild cards nennt sich das und da generiert da und da schafft jetzt auch da habla da tut jetzt da das bild jetzt generieren rechnen zusammen samplen ja irgendwelche pixel zusammenrühren ja dann läuft es hier dann eben über verschiedenste stationen durch wird hier dann hochskaliert weil man man kann zwar wenn man den rechner hat natürlich gleich große bild also gleich auf die großen bilder loskalieren allerdings mit den checkpoints die ich hier verwende da macht es kaum sinn über 1300 oder 1200 pixel zu gehen das bedeutet die muss man später hochrechnen ja die bilder sind relativ klein in anführungszeichen klein ja das kann man ja angeben wie hoch man das hochskalieren lassen will also um welchen faktor ja dann wird das hochgerechnet ich habe da noch ein schärfer drüber laufen allerdings sehr reduziert muss sich man muss sich das vorstellen mit den hochpassfilter in photoshop mit dem manche gerne arbeiten nicht wissen wie er funktioniert aber gerne mit arbeiten als andere machen aber wenn man nicht aufpasst entsteht da halt ein halo effekt und genau das gleiche ist auch hier hier muss man rumprobieren das ist immer ausgehend von der größe die jetzt reingeht jetzt im moment sagt ist er durch und jetzt ist er drüben und ist schon fertig und scharf ist scharf der hintergrund ändert sich bei mir jedes mal ja damit ich auch eine gewisse varianz ab im bild oder in den in der auswahl meiner bilder und ich generiere aktuell in der größe 12 16 auf 8 32 also im hochformat im porträtformat das kann ich auch drehen ich kann das jetzt im 3 zu 2 format das ist ja das typische vollformat also kamera vollformat größe also verhältnis 3 zu 2 man kann auch 4 zu 3 nehmen dann bin ich im micro f5 bereich das mag ich aber nicht die größe ich bin halt vollformat gewohnt oder kleinbildformat ja und dann kann man so ein bild generieren realistisch kommt natürlich auch auf die checkpoint an es gibt ja unterschiedliche checkpoints die wird hier vorne geladen wie gesagt da ist noch nicht ganz aufgeräumt hier das ganze hier kann man sich verschiedenste checkpoints laden es gibt für cartoon welche wenn ich jetzt sowas laden und will jetzt ein realistisches bild haben das funktioniert halt nicht ja weil der ist halt ausgelegt auf cartoon ja und das funktioniert dann eben nicht da braucht man dann eben checkpoints und viele versprechen ja auch weil da ist schon der name ja hyperrealismus und was die wie sie alle heißen ja und halten aber nicht viel vor allem was mir auch aufgefallen ist ist dass die wenn man beim prompt nicht aufpasst oder nicht dagegen steuert dann haben die alles so irgendwie so ein asiatisches aussehen alle weiß nicht warum mehr wahrscheinlich wurden die ganzen checkpoints und auch die ki ja hauptsächlich mit bildern gefüttert oder trainiert aus dem bereich ja die haben alle irgendwo so einen kleinen touch ist da mit drin und ich habe chat gpt gefragt sie sollen mir doch mal ethnische typen nennen ein paar stück also ich glaube ich habe so 30 an der zahl und die habe ich eben in der wildcard rein gemacht und deswegen habe ich hier ständig andere gesichtstypen ja ja hier ist jetzt zum beispiel der fokus mehr auf diesen schmuck gelegt ja das ist machbar das kann man auch so fotografieren ja ist halt dann eher so eine mode schmuck geschichte ja aber das geht ja also auf die frage ob man das machen kann und das was ich hier mache ist ja noch nicht immer im ansatz also da ist noch nicht mehr großartig gekratzt an der oberfläche ich weiß aber dass manche agenturen oder manche mode labels auch die kosten nicht mehr zahlen wollen also der fingernagel hier zum beispiel ist natürlich auch wieder total lang ja das ist etwas was mir noch ein bisschen anranzt dass ich das noch nicht im griff habe ist wie gesagt eine prompt sache die wollen die kosten eben nicht mehr bezahlen dass jetzt irgendwie der fotograf mit seinem team ja und einer visagistin und dem model in eine flugzeugsteige nach dubai fliegen um irgendein kleid oder irgendwelche aufnahme ja auf einer sanddüne zu machen ja mit dem hintergrund von irgendeinem tower von dubai was weiß ich ja oder mit der skyline von dubai da haben die keinen bock mehr drauf weil das kostet ja auch einheiten geld die müssen irgendwo übernachten die brauchen essen die brauchen verpflegung fahrtkosten und das wird mittlerweile zum teil schon in den computer eingespeist die modelle ja und die klamotten die kriegt man da auch irgendwie rein wie das genau geht dürft ihr mich nicht fragen aber das geht das kann man definitiv so machen ja ich gibt sogar trainierte checkpoints von mülleimer ja also da gibt es alle arten von mülleimer ja und dann rufst du eben ein gewisses wort auf so ein sogenanntes trigger wort und dann taucht irgendwo die mülltonne in dem bild auf ja das gibt es ja und genauso kann man das machen mit diesen mit diesen modellen die man in irgendwas rein speist dann kann man da die sachen abrufen wo modelle eben ja so stelle ich mir das jetzt mal vor wie gesagt ich habe das noch nicht gesehen ich weiß es nur vom kollegen der hat es aber auch noch nicht gesehen ja der weiß es halt jetzt nur von ja auch bloß höhere sagen allerdings von dem wo er sagt der schafft eben auch in so einem bereich in so einer agentur anscheinend und da geht es nicht nur um modelle sondern auch um gegenstände die machen zum beispiel für manche hersteller solche so design prototypen also die der beispiel da sucht jetzt einer da will jetzt irgendein hersteller was neues bauen ja da hat das schon jahrelang im programm aber das design gefällt ihm nicht mehr ja dann geht er zu der agentur und sagt hey ich habe keine ideen kannst du da was ja und dann tut er dieses teil dass es schon gibt einspeise und kann daraus was neues generieren ja was ganz anders aussieht aus dem man dann eventuell wieder neue ideen holen kann ja und das finde ich schon interessant ja was wir aber hier haben oder zumindest ich hier das sind ja lauter kostenfreie dinge ja das ist ja alles sage ich jetzt mal kostenlos ich greife ich muss hier für nichts bezahlen ja es gibt aber möglichkeiten zum beispiel auf manche ki engine sage ich jetzt mal ich sage das jetzt einfach mal so zuzugreifen die sind natürlich auf dem neuesten stand zum beispiel gibt von stable diffusion anscheinend jetzt auch eine 3.0 version die ist aber nur testweise momentan anscheinend im laufen und da kann man sich auch registrieren dann kommt man da in der warteschleife rein und dann gleich das recht jetzt mal da auszuprobieren oder einen zugang zu bekommen und aber das was wir ja haben ist alles kostenfrei ja ist ja zum teil auch schon ich sage jetzt mal nicht unbedingt veraltet aber halt nicht auf dem neuesten stand ja und da bleibt es einfach mal abzuwarten was das neue bringen wird und ich denke mal das geht dann noch viel weiter und das geht schnell weiter ja also was ich in den letzten sage ich mal halben jahr getan hat ja das ist schon krass das allein schon die die ganze zeit gab es ja diese checkpoints ich nenne es jetzt mal hier checkpoints in einer version 1.5 ja die waren da war die höchste auflösung oder sagen wir mal auf die wo sie trainiert waren 512 pixel mal 512 pixel mittlerweile sind wir bei 1024 pixel das ist auch das problem bei photoshop noch immer noch wenn ich da die ki nehme um irgendwas zu generieren zum beispiel ja und ich das was ich generiere ist aber größer wie 1024 dann wird es unscharf dann wird es unscharf ja und solange ich aber das maß einhalte funktioniert es recht gut und auch da geht es immer weiter und auch adobe hat mit seinem mit seiner engine wo sie da haben ja firefly was es auch immer sei mag einiges gemacht ja da ist richtig vorangegangen und es bleibt mal abzuwarten was in den nächsten sechs monaten sich tut und ja das wollte ich nun mal zeigen weil wie gesagt die anfrage ob man was fotorealistisches generiere kann oder annähernd fotorealistisch würde ich schon sagen dass man das kann ja rausgesetzt natürlich klar was ich jetzt hier noch nicht drauf habe das sind die prompt die entsprechenden korrekturen und was ich nicht sehen will oder mit den händen und mit den augen ob das problem bei kleinen gesichtern im bild generell ein problem ist also bei mir ja ich habe aber auch schon videos gesehen wo das auch der fall war allerdings ging es dann nur darum dass die mal hier schnell was zeigen wollen da kam es nicht drauf um ob das jetzt ein beauty face ist wobei das nicht ging weil das war eh was sowas generiertes so ein bisschen future mäßig und da hat es da keine rolle gespielt aber ich denke mal dass es wirklich ein problem ist noch wenn das gesicht nur einen ganz kleinen bereich vom bild einnimmt dass es dann einfach nicht ausreicht das zu generieren korrekt zu generieren dazu bräuchte man dann wahrscheinlich entsprechende steps eine gewisse anzahl von von schritten ja um das hier zu generieren also ich sage mal hier ich gehe mit 20 schritten rein ja für die größe da sagen manche boah das ist ja viel zu wenig ja das ist es auch mit sicherheit mag das zu wenig sein es ist keine turbo variante es ist keine lightning variante das ist eine ganz normale stxl checkpoint wenn ich das aber mit 40 mache auf meinem rechner dann kann ich mir jetzt ein essen kochen ja und zwar vom kartoffeln schäle bis zur verdauung ja und dann ist das bild fertig ja das ist auch ein riesen problem also wenn das einen mal interessiert mein tipp ist guckt euch die zwei kanäle an die ich unten verlinken die haben beide windows rechner einen davon habe ich schon mal angeschrieben per kommentar ob er mir bei dem und dem problem helfen könnte kann er nicht weil er ein windows rechner hat das sind auch zweierlei probleme also zweierlei systeme das fängt schon alleine bei dem sampler an da gibt es ja auch verschiedene zum beispiel der jula oder euler ja den tut er unter einem anderen schäduler laufen lassen wie ich es kann bei mir läuft das unter dem schäduler ja so nennen die das ja ich sage dazu schäduler weil es da auch steht ich muss den unteren nehmen das muss man halt rausfinden ja zumindest ist das auf meinem system so ja wie das bei einem anderen ist der auch ein meck hat das kann bei dem schon wieder ganz anders sein ja je nachdem wie das ding bei ihm läuft ja aber bei mir ist es eben so und ich hatte auch da ein problem und da konnte mir auch nicht helfen weil die systeme zu weit auseinander sind windows ist ein eigenes und mac oder linux sind ist wieder was anderes ja und was mich auch ankotzt ist dass ich keine checkpoints trainieren kann also selber machen kann wirklich mit daten füttern kann ja das geht mich mal da ich glaube wenn ich das wenn das gehe geht da würde ich mir mal da ein paar fotos machen und dann mal das ding voll knalle einfach mal nur um zu wissen wie das funktioniert weil mich das echt interessiert ja wie das geht ich weiß so eine checkpoint so eine stxl checkpoint hat sieben gigabyte oder mehr ja das sind riesen datenmengen die man da hin und her schieben tut und mich würde das echt mal interessieren wie sowas wie das funktioniert ja klar da wäre dann ja ziemlich an der grenze wenn er nicht komplett ausgeht ja der rechner und sagt du leck mich doch am arsch ja das kann schon sein ja aber probiere tätig ist kann man und ich komme nicht rum ich komme mit dem koja nicht hin das verlangt das ist anscheinend python 3.10 ich habe aber 3.12 drauf nie will das auch nicht ändern ich habe mir das nämlich schon immer verschossen da habe ich 3.10 3.11 und 3.12 drauf gehabt und irgendwann mal war python oder pip der befehl ja komplett weg also da musste ich jedes mal die versionsnummer hinten dran schreiben damit es überhaupt noch funktioniert hat ja und das hat mich dann nicht wirklich glücklich gemacht ja und da muss man ja noch ein paar sachen nachinstallieren und voraussetzungen schaffen und das jedes mal auf die entsprechende version das ist schon sehr mühsam und deswegen mir wäre es recht wenn mir irgendeiner sagen kann wie ich das unter python 3.12 das streamboot und das koja so zum laufen kriege dass ich mir hier drin irgendwie ich will keine lora lora das das juckt mich nicht ich will meine eigene checkpoint machen eine lora ist jetzt nicht das was ich unbedingt suche oder machen möchte sondern ja vielleicht auch eine lora aber eine checkpoint irgendwie was spezielles irgendwie antrainiertes ja was mir so im kopf vorschwebt ist zum beispiel wachwerkhäuser eine voll zu machen mit fachwerkhäusern die also speziell ist für wachwerk das tät mich mal das tät mich mal jucken das tät mich reizen und dann tät ich mal das maulbronner kloster tät ich mal dann fotografieren und tät diese checkpoint vollknallen mit maulbronner kloster bilder und die da drauf trainieren da hätte ich mal richtig bock drauf aber es geht nicht ich kriege das nicht hin und das durch das ist ja gerade um die ecke ja ich brauche gerade mal kurz durch die wald laufen und dann bin ich dort ja da könnte ich wahnsinnig wehre also in diesem sinne das nächste mal gibt es wieder was anderes mit photoshop mein problem ist nur dass das gerade aktuell nicht läuft ich zeige euch das mal ich rufe hier lightroom auf vielleicht kann mir da einer weiterhelfen von den ganzen die da sich auskennen ich habe auch schon den da bleibt einfach hänger er startet nicht ich habe das neueste update von sonoma ich habe das gestern installiert das lightroom es startet nicht keine chance das friert ein bleibt jetzt eine stunde so passiert überhaupt nichts wenn ich es beende über diesen befehl hier oben also über dieses sofort beenden gedöhnen sie da ja da habe ich jetzt schon ein paar mal die berichte weggeschickt ja passiert halt nichts könnte ich auch glatte wände hoch ich bin da momentan eingeschränkt geht nichts bei bridge übrigens das gleiche photoshop das öffnet sich aber lightroom und bridge die zwei die öffnen sich nicht auch nicht mit dem auch nicht im rosetta modus da könnte ich irre wäre und ich weiß dass man irgendwelche verzeichnisse in der library freischalten muss oder freigeben muss mit unter händisch freigeben muss aber ich weiß die nicht mehr und ich finde auch diese webseite bei adobe finde ich nicht um das zu ändern oder zu umzustellen es geht einfach nicht ich finde das nicht ja also wenn man da einer einen link geben kann zu photoshop wo genau draufsteht welche verzeichnisse das gibt es nämlich und zwar wenn lightroom die fehlermeldung bringt dann kann man auf weitere informationen in diesem dialog anklicken und dann kommt man auf die webseite und das sind die verzeichnisse sind glaubt vier stück also auch so unter verzeichnisse die kann man da an direkt aufrufen in seinem finder und dann da die rechte verteilen und ich komme da nicht hin ich werde da wahnsinnig ja gut also ich wünsche euch was viel spaß bis zum nächsten mal